Hey! Hi! Grüß dich! Hallo mein Lieber! Moin! Na? Wie geht's dir? Servus! Hey! Servus! Genau, das ist noch mal der Reiter. Servus! Hey! Servus! Hi ihr Lieben, ich bin's Typhoon und ich spiele die Rolle Typhoon. Schön, dass du da bist! Ja, das finde ich auch. Ich habe schon mein Spätchen mit zumindest inneren Tränen in den Augen gefühlt. Ich vermute, entweder auf den Tag genau oder ziemlich auf den Tag genau. Vor sechs Jahren hatte ich meinen letzten Biergang. Madden Madden dieta ich danke dir für die schöne zeit die großartigste meines lebens und dafür dass du immer an mich geglaubt hast selbst als du längst wusstest dass ich nie wieder der alte werde wenn ich schöne ich sage dir lebt wohl sehr vertraut erst mal ja also so eine mischung aus vertrautheit also vor allem jetzt weil ich euch und jetzt vor der tür noch ein paar kollegen getroffen und die center getroffen hat vielleicht treffe ich ja noch ein paar also es ist schon so ein bisschen wie die nach hause kommen also super vertraut und auch gleichzeitig spannend und also ist schön als so viel hat sich nicht verändert bei uns also von der deko natürlich sind ein paar so an und andere dekos aber oder du kannst einfach nicht mit weil wir den den wald vor lauter bäumen genau ja ja das kann schon sein wir sind ja auch viele aber ich kann sagen du hast du bist alles zu sein ich bin älter geworden auf dem papier mit sicherheit also apropos hinterkopf ich habe gehört ich soll dich noch mal gegen eine wand knallen das hatten wir ja ein schöner outtake ich bin ich bin gerade aus hamburg gekommen natürlich ein heimaturlaub gemacht so ein paar tage und das ist das was ich gerade ganz aktuell mache in dem fall direkt eingeflogen und dann drehe ich hier und da und dort ja auf den letzten monat weil ich habe kaum geschickt mit herrn silbereisen mit herrn silbereisen und wann kommt das vermute an weihnachten also einige sagen in lappland da ein weihnachtsmanndorf lappland da träumt meine frau auch die will mit mir mal nach lappland und immer schön einschalten 19h40 bei rtl gute zeit und schlechte zeit 30 jahre an deiner seite gute zeiten schlechte zeiten täglich 19 40 hallo alle mitternommen hat euch das video gefallen ok doofe frage wahrscheinlich schon na klar wenn ihr mehr von uns sehen wollt könnt ihr ganz einfach hier klicken und wenn ihr die ganzen folgen sehen wollt dann könnt ihr ganz einfach hier klicken auf rtl plus jederzeit was macht ihr denn immer noch da ich habe doch gesagt hier klicken zu verstehen ich würde daran welches zu verstehen ist möchtest du